Musik So, ähm, da wären wir. Wollen wir direkt losstarten oder gibt es noch irgendwelche Fragen? Letzte Fragen, bevor es losgehen soll. Können wir ein anderes System nehmen? Nein. Soll ich nicht schnell die Workshop vorbereiten? Okay. Ich hoffe, die Würfe sind dann bald mal zu sehen. So. Wollen wir starten. Musik läuft schon. Hoffentlich zu laut. Müsste klappen. Kannst du nochmal zusammenfassen, was letztes Mal passiert ist? Ja, das kann ich nochmal zusammenfassen, wenn ich mich selbst daran erinnere. Also, ja, ihr seid, ähm, ihr seid auf einer, also im Moment seid ihr auf einer schottischen, auf einer schottischen Insel. Ähm, soll ich alles beides zusammenfassen, alle zwei Abenteuer? Oder nur das letzte? Ähm. Das letzte. Ähm. Das letzte Abenteuer. 통령erting. Ich glaube, ja, Dürfebär. Ich... Probieren und marrying auch mit ihr. Yeah. Z Ich wollte gerade übersehen, ob Halbinsel oder Insel, aber ich glaube, es war eine Insel. Seid ihr abgestürzt und mit dem Blubschrauber seid ihr an der Küste von Schottland aufgewacht. Und dort habt ihr auf dieser Insel fünf große Prüfungen gefunden, die ihr bestehen solltet, und habt die teilweise gemeistert. Irgendwann habt ihr dann angefangen, Leute in den Dörfern zu pfählen und die ganze Insel auszurotten und seid dann von der Insel abgehauen und mit einem Boot weitergefahren. Weitgekommen seid ihr aber nicht, ihr seid in einem kleinen Fischerlauf gelandet, was wir jetzt hier auf 2020 als Bildschirm sehen, so ein bisschen. Und ich stehe jetzt quasi dort, dort schließen wir direkt an. Ich stehe dort, Z-Kreuz ist gerade an Land gekommen und steht dort so ein bisschen mit blutverschmierten Klamotten und mit blutigen Waffen steht da. Ich hatte einen toten Schädel auf dem Stab gespießt. Ach ja, ich muss mir mal eben mit Tavi da reinschauen. Und sieht ziemlich gnomisch aus. Einer von euch ist ein Kultist, der mit einer großen pinken, nicht pink, sondern violetten Robe und sonst auch ziemlich auffälliges Auftreten hat. Und dazu steht noch ein breit gebauter Mann, der so groß wie breit ist und 100% Muskeln ist. Und die E3 steht dort gerade am Ufer und ihr seid so ein bisschen, ihr merkt euch, wenn die Dorfbewohner, es ist reges Treiben in der Stadt, ihr seht auch, ihr steht dort ein bisschen verloren dort und die Dorfbewohner, ihr seid eine ziemliche Attraktion dort. Also es ist ab und zu kommen mal ein paar Leute und gucken zu euch hin. Also man spricht euch nicht direkt an, aber ihr seid so ein bisschen, es ist so ein bisschen komisches Bild statt, diese blutverschmierten, seltsamen Leute, die dort stehen. Ich habe doch zwei Verständnisfragen. Zum einen sind wir jetzt auf dem zortischen Festland. Das wisst ihr nicht. Ihr habt jetzt an einer Küste angelegt und seid in einem kleinen Fischerdorf. Okay, Frage 2. Ihr könntet euch mal umfragen, ihr könntet mal um euch umfragen. Frage 2, die letzte Insel. War das eine offizielle Insel oder war das eine Insel, die nicht kartografiert war? Das wisst ihr auch nicht. Also es war eine Insel. Also ihr steht da jetzt am Ufer, ihr seid gerade aus dem Boot rausgestiegen und ja, ihr werdet da argwöhnisch angeguckt von den Leuten und ja, ihr drei steht dort am Ufer und was tut ihr? Erst einmal nur herumstehen und die Leute angucken und zurückgucken lassen. Mhm. Erst einmal. Gerade dich gucken sie auch ein bisschen besonders an, weil du mit deiner langen violetten Kutte sowas für dich haben die hier noch nicht gesehen. Mittlerweile auch mit einem sehr dekadenten Speer. Ja, also ihr erntet schon davon mitgenommen. Also ihr hört auch ab und zu mal ein paar Kommentare zu euch. Was sind das denn für, es wird so gemukelt. Also wir haben uns geeinigt, dass die Sprachen keine Rolle spielen. Also sprechen natürlich auf Schottisch, auf Englisch, aber ihr versteht es. Erfolg. Also ich will das Rollplay spielen. Ich will, dass das jetzt aus dem gar nichts kommt. Cool. Also ich stelle mich jetzt ganz einfach an den Rand von der Gruppe und schreibe in mein kleines Tagbuch mit einem kleinen roten Stift was rein. Ah ja. Eine Blume. Das darfst du machen. Irgendwann geht es Stücks auf irgendwelche Leute, die rumstehen und nicht gehen. Also die irgendwo rumstehen und sich unterhalten oder so zu und fragt ganz, so höflich wie möglich. Entschuldigt, werte Mitwesen, wie heißt der Ort, in dem wir uns gerade befinden? Ich fürchte, wir haben eine Mitreise und ich habe uns etwas verlaufen. Du hörst, du hörst ein Grummel, was irgendwie, also du glaubst, dass das dein Name ist. Also es klingt für dich unaussprechbar. Du kannst es nicht wiederholen, was dir gesagt wird. Es ist unsere wunderschöne kleine Stadt Union. Ich kann damit leider wenig anfangen. Hast du vielleicht für mich eine gröbere Bezeichnung von der Gegend hier? Ich nehme an, wir sind in Schottland. Ja, das sind hier die schottischen Highlands. Das sind hier am Ufer. Das ist hier der ganze Stolz der Gegend. Das große Dorf. Du siehst offensichtlich, dass das Dorf klein ist. Aber groß im Herzen. Ja, unser großes Fischerdorf hier verpflegt die ganze Gegend hier mit Fisch und dass wir sind hier im Norden, im Norden Schottland, dass wir, wir sind hier eine sehr wichtige Hafenstadt. Ich bin stolz seit Jahren, eine wichtige Hafenstadt zu sein. Danke für die Auskunft. Dann kann ich... Damit wir uns auf dem Absatz um und gehen. Okay, er wollte gerade noch mit dir reden lassen. Okay. Er verabschiedet sich. Er guckt dir hinterher und geht seiner Wege. Angekommen bei der Gruppe teile ich mit, wir sind in irgendeinem Dorf in Schottland, sehr weit, im Nördlich. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und wahrscheinlich haben die Leute hier das nicht mal selber. Erschütternd, ich möchte in die Zivilisation zurück. Das wäre immer eine Abwechslung. Wahrhaftig. Währenddessen hörst du ein kleines Mädchen, was irgendwie... Du hast im Hintergrund ein offensichtlich von der Stimme her, ein kleines Mädchen, was laut schreien. Ich drehe mich von dem Mädchen hin um. Du siehst, wie das kleine Mädchen in eure Richtung zeigt und offensichtlich sehr entsetzt von euch ist. Schreit vor Angst. Wer steht um das Mädchen herum? Die steht da momentan gerade alleine. Aber es sind ein paar Leute, es werden durch sie, es wird durch das Schreien, wenn du zunehmend, Leute aufmerksam auf sie. Ich habe da wohl gerade gespielt, aber... Ich gebe ihr meine Hantel und sage, das hier ist meine Lieblingshantel. Willst du sie auch mal halten? Sie schreit noch lauter und versucht ein bisschen von dir wegzukommen. Ich halte sie am Arm fest und gebe ihr die Hantel in die Hand. Lass los und dann fliegt die Hantel auf den Boden, weil sie zu schwer ist. Es kommen ein paar Erwachsene zu dir und es entsteht ein reges Gewimmel um dich herum. Es schreien die Leute zu, dass du das Kind in Ruhe lassen sollst und es ist so, dass du die mal... Dass du... Okay. Dass du abnormal gestellte dich da, wenn du mal verschwinden sollst. Okay, ich gehe. Du musst das Kind nicht belästigen. Okay. Zur Erinnerung, ihr seid... Es ist, ähm... Es ist, ich glaube, der Grund, den brauche ich nicht so gern, warum mir da, warum das Kind so reagiert hat. Weil wir anders sind? Vielleicht das. Also, ich habe kein Blut an mir, ich habe nie jemanden umgebracht, ich habe niemanden gefehlt. Also, ihr habt ja noch... Wir sind mindestens einen Tag aufs Ziel gewesen. Ich denke, jeder normale Mensch hätte sich mal ausgezogen und seinen Scheiß gewaschen. Ihr habt es aus irgendwelchen Gründen nicht gemacht. Ihr habt es nie gesagt. Ihr habt aktiv das nicht gemacht. Ja, weil du uns, weil du es uns hast nie beschreiben lassen, weil du gesagt hast, plopp und ihr seid jetzt bei einer anderen Insel. Gut, aber wir haben jetzt... Wir können auch mal weitermachen mit unserem vierten Charakter. Akzeptieren wir das einfach mal gut. Ich drehe mich um, ich springe ins Wasser und ich wasche mich erst mal kurz. Okay, das kannst du machen. Währenddessen können wir auch mal, während Harrod sich wäscht... Ich mache einen Schritt ins Nichts und falle einfach mit dem Gewicht vorangeplant ins Wasser. Alles klar, das kannst du machen. Während Harrod sich wäscht, können wir mit unserem neuen Charakter weitermachen, mit unserem vierten Spieler. Erzähl mal gerade, was du so machst. Du bist gerade... Ich bin ein Jägersmann, also bin ich wahrscheinlich irgendwo im Wald jagen. Okay, du kommst gerade zurück in diese Stadt. Und siehst uns, du bist ein bisschen entfernt davon, aber du hörst so von... Du hörst ein bisschen das Schreien eines kleines Kindes und du hörst ein bisschen Tumult, dass da das Leute, das Erwachsenleute auch ein bisschen Tumultartig... Ähm... ...sachen... ...bewegen... ...und vorsichtig in Richtung von den Schreien. Ich möchte hier als Besucher mit dem Bürger gucken, warum gleich die Kiderschreien. Ja, du siehst da beschriebene Szenerie. Ähm... Da siehst du drei Gestalten. Ähm... Einer ist gerade ins Wasser gesprungen und wäscht sich gerade. Zwei weitere stehen dort... Ähm... Blut verschmiert am Steg. Ähm... ...und er macht langsame Schritte von den Mädchen zurück. Aber das Irrenhaus ist doch von Klesko. Hä? Ey. Ich hab's gehört. Äh... Ja. Ich darfst ein bisschen leiser machen. Wie reagierst du da? Unfälle... Unfälle ziehen ja die Mengen an. Ich bleib äh... ...stehen und guck mir das Fiktakel an. Ich geh langsam mit... Äh... Mit Tränen gehe ich langsam von den Mädchen weg. Man sieht schon, wie ich Tränen in den Augen habe, weil ich Angst habe, dass ich dem... ...kleinen Mädchen wehgetan habe. Ah ja. Okay, da ist ja... Da ist ja anscheinend niemand sonst hier für nötig. Ich tu mein Telefon raus und rufe... ...Dur zwei an. Du... Also du... Du rufst... Du rufst die Polizei an. Ja. Okay, ja. Ähm... Die Polizei geht natürlich ran. Ähm... Ähm... Ja, es ist ein guter Tag. Das normale... Normalerweise ist hier sehr schlecht das Empfangen, aber irgendwie heute ist ein guter Tag. Ähm... Du schaffst es die zu erreichen. Guten Tag. Äh... Offensichtlich... Ich komme ja aus der Gegend. Offensichtlich... In der Stadt X am, äh... Hafen... Äh... Platz Y. Äh... Da stehen drei seltsame Gestalten, blutverschmiert. Die bereiten hier den Leuten ein unangenehmes Gefühl. Könnten sie sich drum kümmern? Ähm... Okay, wir sind... Wir sind unterwegs. Ähm... 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 Ihr Dorf, ähm... Du, das weißt du auch. Das Dorf ist ein bisschen abwegig. Ähm... Es könnte ein Weichen dauern. Ähm... Das ist... Ähm... Wir schicken los. In einer Stunde ist der nächste Polizist da. Nächster Polizeiwagen da. Eine Stunde? Hören Sie mal? Hier stehen drei Leute blutverschmiert. Der eine schwimmt da komisch rum. Nächster belässt die kleine Mädchen. Wir machen so schnell wie es geht. Ähm... Das weißt du auch. Das weißt du auch, dass dein Dorf ein bisschen... Also... Normalerweise... Du bist auch so der Erste, der so ein bisschen so Polizei anruft. Normalerweise gibt es da so ein bisschen... Normalerweise werden die Sachen so im Dorf selbst geklärt, weil... Die nächste Polizei, die kommt in einer Stunde. Und das wissen alle. Und bis dahin kann man es auch selbst klären. Ähm... Ja... Absolut nutzlos, diese staatlichen Behörden. Und lege auf. Ja... Die Polizei macht sich auf den Weg. Etwas frustriert... Wendet sich Stücks nun an die Menge. Und beginnt... Wendet sich eine Erklärung. Und sagt... Werte... Werte Herrschaften... Ich... Nicht ganz. Werte Herrschaften... Ihr könnt mich Stücks nennen. Meine Kameraden und ich wurden auf einer Insel etwas außerhalb hier festgehalten von jemandem gegen unseren Willen. Und haben es nun geschafft, Kraft unserer Befreiungskapazitäten, dieser Abduktion, dieser Gefangennahme zu entkommen. Und sind einfach nur hier angekommen. Wir sind etwas noch definitiv in Schock wegen unseres grausamen Aufenthalts durch diese andere Person. Und sind uns deswegen überhaupt nicht im klaren, wann oder wo wir sind. Und entsprechend bitte ich unser durchaus abstruses Verhalten zu entschuldigen. Wir stehen durchaus noch unter Schock und mussten uns auf dieser Insel bewaffnen, um unserer Gefangennahme zu entkommen. Wir haben definitiv keine bösen Absichten. Und mein Kumpane hier vorne ist einfach nur etwas... Sorgt sich einfach nur darum, dass seine Anwesenheit dieses Mädchen hier vorne in Aufruhr versetzt hat. Und er hat auf seine Weisen versucht, es zu beruhigen. Bitte entschuldigt und sagen, nun ja, durch ein anderes Verhalten. Der Schock ist noch am Abklingen. Ich würde gerne... Worauf hast du irgendwas, worauf du würfeln kannst? Also ich kann dir Manipulieren anbieten. Hast du andere Fähigkeiten, die das dann beruhigen oder was? Lügen ist ziemlich gut, weil wir sind nicht unter Schock. Richtig. Ich habe doch Lügen und Überzeugen. Aber ich würde mal sagen, wirfeln mal Überzeugen, weil du willst überzeugen, dass die dir wohlgesonnen sind. Einfach mal drauf. Das habe ich tatsächlich geschafft. Sehr gut. Zu dir... Ja, das ist geschafft. Das ist eine 57 von 58. Alles klar. Das reicht aus. Es kommen... Also die Leute... Es muss nach deiner Rede beruhigen sich die Leute ein bisschen. Es kommt auch eine Person gerade zu dir rüber und eine ältere Person, eine ältere Gestalt gesellt sich zu dir und klopft dir so ein bisschen auf die Schultern. Und macht dir eine Willkommensgeste und sagt zu dir, ach, die kleine Gerda, die ist immer ein bisschen gegenüber fremden Leuten. Dieses ist die... Das macht euch keinen Kopf, das macht euch keinen Kopf, deswegen die... Bei euch, schaut euch an, ihr... Ihr seltsam gesteilt, das ist da... Die tut sich immer ein bisschen. Wollt ihr nicht mal... Es gibt hier eine schöne Taverne hier in der Gegend, ein schönes Gasthaus. Kommt doch mit in die Tavernen, ins Gasthaus. Da können wir... Gerne, gerne. Da gibt es bestimmt auch... Könnt ihr eure Sachen säubern, könnt euch ein bisschen... Könnt euch was zu essen und was zu trinken besorgen und... Ja, bitte. Und ich kann das Verhalten... Ein bisschen Swame kommt, ja. Er winkt euch anderen auch zu, ähm... Und... Ähm... Zeigt Richtung... Auf den Weg Richtung... Habe ich mitbekommen, dass... Äh... Diese Person dort, die Polizei verständlich oder jemanden angerufen hat? Ähm... Ich weiß nicht, wo es befindet, der Verhältnis zu mir. Ob ich mitbekommen habe, das finde ich... Nein, hast du nicht. Stücks oder was? Nein, habe ich nicht. Ich weiß gerade nicht mehr. Ähm... Es geht darum, um... Also, dass ihr... Ihr drei habt nicht mitbekommen, dass... Dass der Typ die Polizei gerupfen hat. Er steht so ein bisschen abseits von der Sache und hat das... Ihr habt da noch nicht... Ihr habt es nicht gesehen. Aber er hat euch... Er hat euch durchaus gesehen. Ihr seht... Also... Er sieht auch euch, wie ihr gerade mit dem... Ich weiß nicht, was macht ihr? Wollt ihr mitgehen mit dem... Mit dem Typen? Ja. Ihr seht auch... Ihr seht auch... Das ist relativ nah am Hafen. Ihr seht auch ein Gasthaus, was da... Da treiben sich ein paar Leute drum... Vorher rum. Und da ist... Da wird's... Irgendeine Kellnerin schenkt gerade ein paar Biere aus. Das ist da... Das da ist... Die ist nicht... Die ist gut zu sehen. Und er weist dorthin und bedeutet euch, dass ihr mitkommt und dort... Also... Stücks... Stücks dreht sich zu den anderen beiden... Bekannten... Denen bekannten Personen und sagt... Wollen wir? Man wird nicht... Man wird nicht alle Tage in ein... So mannigfaltig wundervolles Gasthaus eingeladen. Ich hab Hunger. Okay. Ähm... Ja... Ihr... Ihr geht also zur Taverne. Ja. Und das erste, was ich hier mache, wenn ich drin bin, ist... Ich frage nach einem Festsitz-Telefon. Ah ja. Ähm... Ihr kommt an die Taverne. Ähm... 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 Ihr betretet die Taverne und seht dort. Das ist ein... Typische schottische Taverne. Das ist... Es sind ein paar Leute, die sind schon ein bisschen... Sind schon betrunken. Ähm... Es ist schließlich... Es ist schließlich... Hab ich noch nie gesagt. Es ist früher Abend. Ähm... Einige haben schon ein paar Sitzen. Es ist... Ähm... Hier... Hier und dort wird... Einer singt ein fröhliches Lied. Ähm... An der Theke raufen sich ein paar Leute. Ähm... Es ist da... Ähm... Ein munteres Treiben. Ja, was... Du wirst... Du wirst reinkommen und nach einer... Dann frag... Ähm... Der Warmann steht hinter dem Tresen. Ähm... Okay. Er steht einfach nur hinter dem Tresen. Nichts weiter. Ja, er poliert gerade einen... Einen... Einen Mars-Cook. Natürlich. Immer. Ja, ich geh zu ihm hin und... Frag... Einfach nur... Ganz blank. Ohne irgendwas. Habt ihr hier ein Telefon? Und kann man es benutzen? Ähm... Oh, äh... Ja... Haben wir aber... Das ist leider... Das gute alte Teil. Das ist letzte Woche kaputt gegangen. Das ist... Das... Das Ding... Das tut seinen Dienst nicht mehr. Äh... Ähm... Muss ich leider vertrösten. Aber ich... Ich kann... Ähm... Ich rate mal... Es ist im Bier gelandet, oder? Das Ding... Das ist... Ähm... Das ist komplett... Das hat uns unserer Techniker schon... Das ist unser Techniker hier im Dorf schon angeguckt. Das Ding ist... Sie können es gerne versuchen, aber das Ding ist... Das war mein Telefon. Okay. Ich... Ich gucke es mir an. Ich sehe... Okay. Da ist eine Leitung. Sie endet. Da ist etwas, was Plastik sein könnte. Äh... Was mein... Und nichts weiter. Sie ist etwas Plastik, ähm... Was an dem Kabel hängt. Vielen Dank. Das ist da. Vielen Dank. Ich glaube, da kann ich nichts mehr tun. Der Patient ist leider... Ist leider verstorben. Was haben Sie zu trinken? Offensichtlich auch ein guter... Auch ein guter Mechaniker könnte das nicht mehr... Erfixen, das ist da. Ähm... Äh... Ja... Wir haben hier alles... Ähm... Scotch, Whisky, Bier... Was das Herz begehrt. Ähm... Das klingt super. Einmal an diesem Tisch. Okay. Weil ich als einziges... Ich bin derjenige von den ordentlichen Charaktern... Bin der tatsächlich sehr viel auf dem Konto hat. Ähm... Also Geld... Geld... Dabei hat mein Charakter... Geld spielt... Geld spielt nicht wirklich eine Rolle, aber es ist... Ähm... Ja... Ich weiß... Ich will achtmal jetzt nicht drauf, aber... Dass ich zumindest in Gesellschaft immer noch jemand bin... Kannst du gerne so spielen. Äh... Also... Also... Stücks ist das auch... Aber die Weisen, auf die Stücks sein Geld gekommen ist, sind halt... Ähm... Anders. Mehr oder weniger... Mehr oder weniger... Gesellschaftstauglich. Der war... Der Barmann... Mehr oder weniger ist immer... So eine Sache... Bei mir als Unternehmer hat gerade angefangen, in Afrika Wasserquellen aufzukaufen und in Plastikflaschen zu füllen, von daher... Verständlich. Ähm... Der Barmann zapft dir auch gerade ein Bier in den Krug, den er gerade poliert hat... Mit einem... Mit einem Lappen, den... Naja... Ähm... Du würdest dir... Du... Du würdest... Ich sag mal so... Du würdest mit dem Lappen das Glas nicht polieren, aber... Gut... Also... Also er hat das Glas poliert, allerdings war es vorher sauberer. Ich verstehe schon. Ja. Ähm... Es... Du siehst auch, wie Sachen anfangen, auf dem Bier zu schwimmen, während es eingefüllt wird. Also irgendwie... Irgendwie sind da ein paar... Es hat... Es ist ein Bier mit Stückchen. Also das Reinheitsgebot ist hier vielleicht nicht mehr ganz so geachtet. Ähm... Ach, das ist bestimmt eins von diesen Craft-Bieren, wo sich jemand dran hält. Hehehe. Ich würde draußen irgendwo auf dem Platz warten, bis die Polizei eintrifft... Und äh... Den Pub... Beobachten, wo denen die Leute reingegangen sind. Du würdest den Papa Mauser. Ja, ja. Warte draußen, bis da jemand mal auftaucht von den Behörden. Okay, der... Der Barmann... Der Barmann... Haut dir das... Die... Die Mars... Guck auf den Tisch und... Und... Und macht ein... Und macht mit seinem... Sein Messer macht dann keinen... Keinen Schlitz in... Deine Bierdecke. Und bewegt sich zurück zum... Zum Tresen. Ich geh aufs... Ich geh aufs... Ich geh auf die Toilette und tu dort mit meinem Messer mein... Äh... Mein Bart abrasieren, der über die letzten zwei Tage gewachsen ist, die unterwegs waren. Das kannst du machen. Stücks setzt sich entsprechend auch an den Tisch und konsultiert das Manifest der anderen Seite, ohne es auf diesen dreckigen Tisch abzulegen. Ähm... Ähm... Ja, der Tisch ist ein bisschen... Ähm... Der hat ein paar Flecke. Das ist der... Genau. Stücks hält das Buch in der Hand, sitzt auf dem Stuhl, sehr vorsichtig, und blättert da drin und liest an einigen Stellen Dinge nach. Äh... Vor allem, um... Die Gedanken... Die eigenen Gedanken sortieren zu können. Aber zu deiner Info, deine Robe ist etwas dreckiger als der Tisch. Die Robe ist durch die Ahnung, die du bisher erlebt hast. Wundervoll, aber... Du bist ja erinnert das Buch ja nicht mit deren Robe, sondern mit deren Händen. Äh... Dirk, du... Kannst in deinem Buch lesen. Ähm... Genau, das passiert. Und Modi, wenn du der... Äh... Harald, wenn du das Bier trinken willst, würfest du einmal auf Zechen. Hab ich nicht. Dann würf er auf deinen Sozialeinsstandardwert. Von mir aus. Komm schon, 100. Eine Elf. Das ist leider gut geschafft. Ja, du trinkst das Bier entspannt aus. Das bekommt dir gut. Und es schmeckt erstaunlicherweise sehr lecker. Aber es ist ein sehr dickeres Bier. Ich glaub, es ist nicht dein Stückchen. Ähm, die... 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 Die Stückchen, die... Das ist ein bisschen... Aber die machen dem Bier... Es... 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 Es würde besser schmecken, wenn keine Stückchen drin wären. Aber es ist schon... Es scheint... Es scheint... Es scheint trotzdem sehr gut zu schmecken. Also es ist da wirklich... Es ist ein... Sehr, sehr gutes Bier. Es schmeckt jetzt nur noch sehr gut, weil Stückchen drin sind. Aber es... Sonst würde es sehr, sehr gut schmecken. Also es ist da wirklich... Es ist durchaus... Ja. Ich werde... Ich werde erst mal trinken. Viel... Spaß. Das Bier ist sehr gut. Das will ich zumindest sagen. Aber wahrscheinlich... Bekomme ich nur noch irgendein... Halbbetäubtes... Könnte Sprache sein raus, weil das Zeug... Mir zwar gut schmeckt und ich gut weggesteckt habe, aber es immer noch wahrscheinlich sehr stark verschimmelt ist. Weil das Zeug, was schwimmt, dürfte wahrscheinlich Pilz sein. Ja, so ein bisschen was... Das ist so... Du merkst... Also es hat lecker geschmeckt. Du hast es gut bekommen, aber du merkst ein Grummeln im Magen. Das ist so ein bisschen dein Magen rebelliert schon dagegen. Mir geht es schon gut. Alle anderen sehen, mir geht es nicht gut. Ja. Du läufst auch für einen Moment ein bisschen grün an. Das ist dann... Ich merke davon nichts. Mir geht es gut. Das ist wunderbar. Stücks sieht kurz auf und sagt ihm... Bist du sicher, dass du nicht die Lehren der anderen Seite hören möchtest, bevor du gleich... Im Fluss Stücks baden gehst? Du siehst aus, als wärst du kurz davor. Und ich kotze auf den Tisch. Denke ich nicht, aber... Stücks springt auf und stellt sich ein... Springt auf und stellt sich zurück, damit... Damit der nicht getroffen wird. Ähm... Würfel mal auf Geschick. Oder irgendwas in der Art. Darf ich auf Shaolin Kung Fu würfeln? Von mir aus. Ob du mit dem eleganten Sprung aufstehst oder... Das darfst du nicht, denn wärst du allgemein... Das hab ich nicht geschafft. Okay, du wirst... Du wirst volle... Volle Möhre von... 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 Der... Der Schnorder spritzt auf deiner... Du springst in den Strahl rein. Nein, es ist kein kritischer Worf. Es ist kein... Es ist... Du... Du kriegst... Du kriegst die Kotz ab. Ähm... Verteilt sich auf deiner Robe. Zu dem Blut und zu dem Schlamm und zu dem Dreck, was dann... Deine Robe ist ein bisschen dreckiger geworden. Noch dreckiger als sie eh schon war. Stücks steht auf, packt das Buch entsprechend weg. Geht zu dem... Geht zu der Bar-Person und sagt... Das Buch ist sauber geblieben. Selbstverständlich. Habt ihr zufälligerweise irgendwo... Kapazitäten, in denen ich mich etwas reinigen kann? Und meine Robe? Der Bar-Mann zeigt auf ne... Auf ne kleinen Nebenraum. Auf ne kleine dunkle Ecke. Ähm... Und sagt, da drüben ist der Waschraum. Ähm... Da können sie ihre Klamotten reinigen. Stücks geht in diesen Waschraum. It's scrubbing time. Will ich auch den Waschraum beim Rasieren, oder? Ähm... Du bist in einem anderen Raum. Die Toiletten sind ein bisschen... Sind gleich in der Nähe, aber das ist ein anderer Raum. Da steht jeden... Stehen ein paar alte Waschmaschinen. Ja, bei mir dauert es ein bisschen. Ich habe einen sehr starken Bartwuchs. Ja. Und ich habe nur ein Messer. Das mache ich nicht so oft. Das mache ich gerade zum ersten Mal. Ich hoffe, dass es funktioniert. Gut. Also, und unser... Schotter da draußen, der will noch... Der bleibt jetzt eine Stunde, wird stehen, oder? Was ist da? Nö, ich renne doch so am Hafengebiet lang. Gucken wir an, sind es dort Fischer... Wenn es dort Fischerhütten gibt. Setze mich da mal hin und warte. Inzwischen sind es bestimmt noch 45 oder 40 Minuten. Das ist schon... Ist schon ein bisschen... Weil die sind schon eine Weile da... Die sind schon ein bisschen da drin. Ähm, aber... Du weißt, dass da auch noch ein bisschen... Ja, ich habe Zeit. Kann sein, dass dein Charakter über 60 ist. Ich glaube nicht. Nö. Warte. Lass mich kurz sagen. Er wirkt... Er wirkt... Er wirkt... Er wirkt... Er wirkt von dem, was ich mitbekommen habe. Ich würde ihm... 40 vielleicht. Mitte 40. Er ist Mitte 30, aber es ist ein sehr gemütlicher Charakter. Kommt vom Arbeitsumfeld. Da bringt Taktik nichts. Ja. Bei den Yards ist da... Muss man beruhigt sein. Gut. Was macht Vosniak? Du bist auch in der Taverne. Ich bin, glaube ich, langsam fertig mit Waschen. Deswegen... Ja, Vosniak war waschen. Schau mal, dass ich zurückkomme und mir was zu trinken hole. Wahrscheinlich... Was da sowas war. Dass dein Wart passiert. Wie? Du kommst... Du kommst an... Du kommst an die... An die Theke und du stehst... Du bist... Die Theke ist ein bisschen... Du bist sehr groß und breit, deswegen ist die Theke so ein bisschen auf... Auf Hüfthöhe von dir, so ein bisschen... Nicht ganz auf Brusthöhe, so ein bisschen... Du bist... Also die anderen setzen dich hoch auf den Stuhl. Du bist... Du kannst da stehen. Sehr gut rankommen. Das ist für dich... Du guckst so ein bisschen auf den Wirt herab. Der doch eine sehr große... Große Person ist, aber... Du bist größer und breiter. Ein Wasser, bitte. Ja, ähm... Dir wird... Dir wird ein Maßkrug voller Wasser gereicht. Ähm... Das ist... Du festerst wie ein Schnapsglas an. Das ist... Du bist hier ein ziemlicher Rieser. Und dann sind die anderen, die am Tisch sind. Beziehungsweise da ist ja nur noch einer, oder? Der Harald sitzt am Tisch und der Styx ist gerade... Styx ist gerade verschwunden, sein Gewand zum Beispiel. Die haben sehr tiefgreifende Gespräche mit meinem Schädel am Spieß. Das siehst du da sehr schön. Ähm... Du nimmst dir zwei Stühle und setzt dich da an den Tisch mit dazu. Damit ist der Tisch auch voll. Ähm... Du setzt dich ungefähr so dahin, wo Styx vorhin gesessen hat. Ähm... Du bist da ein bisschen... Die Kotz... Du siehst auch, dass das Harald noch ein bisschen aus dem Mund hängt. Ähm... Der Tor ist gerade... Du bist ein bisschen dreckig. Geh nicht mal waschen. Nein, ich versuche, dass wir als besoffene Touristen durchgehen, wenn jemand Polizei ruft. Okay. Ich weiß nicht, was das heißt, aber okay. Jesus, Metagaming. Nein. Nein. Okay, und weil es dein Charakter ist, Wozniak, würfel mal auf Zechen, ob du dein Wasser ausgerungen kriegst. Und ob du davon auch... Und ob du davon auch kotzen musst, wenn du das für Bier hältst. In dieser Bar würde ich es zutrauen. Das Wasser ist wahrscheinlich auch drauf. Es ist Wozniak, der hält das für ein gutes Bier. Ja gut, ich hab auf Handeln zwölf, also... Das ist Soziales. Nicht Handeln. Das ist Soziales. Soziales habe ich sechs, noch besser. Und hast du nicht geschafft. Nein. Okay, ähm... Du fühlst dich komplett betrunken. Du bist überzeugend, du hast gerade ein volles Maß Bier ausgetrunken, was dir sehr gut geschmeckt hat. Und du bist... Du bist sturzbesoffen. Ich hab kein Alkohol. Das ist schlecht für die Muskeln. Ich hab irgendwie... Ich hab irgendwie Alkohol getrunken. Und da ist irgendwie hier so was ausgerungen worden. Da muss Alkohol drin. Da muss was drin gewesen sein. Ja deswegen, ich bin einfach... Ich fühl mich ganz komisch, weil ich hab das noch nie gehabt. Das... Dieses Wasser Versailles Kohl reicht für dich. Ähm... Das Wasser hat lustig geschmeckt. Hm. Und es dreht sich. Warum drehen wir uns? Harol? Dein Gesicht sieht so komisch aus. Was ist alles gut bei dir? Du gehst mit der Wand. Hm? Das tust du. Und dann stehe ich auf und knall mit dem Kopf gegen die Decke. Ja, das ist durchaus möglich. Die Bar ist nicht besonders hoch. Das ist hier beim Reinkommen schon zweimal passiert. Okay. Es kommt ein Kähner von mir zu euch. Der... Nicht der Baumann. Und... 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 Bietet euch an, dass er... Der sagt, es gibt hier... Es gibt auch die Möglichkeit, dass ihr hier in der Nacht mal... Übernachtet ihr könnt euch... Wir können euch hier mal für einen gewissen Preis hier... Gehst doch mal... Können wir mal... Könnt ihr aber auch über Nacht mal bleiben und... Euch mal aufzimmern und ein bisschen frisch machen. Nein, danke. Ich schlafe auf dem Boden. Ich falle ohnmächtig auf den Boden. Nach einem sehr schimmeligen Bieres übrigens. Was du sehr gut vertragen hast. Ich habe schimmeliges Wasser. Ich bin auch immer noch der Überzeugung, mir geht's gut. Stücks lässt sich zu einem Zimmer zeigen. Nachdem Dave fertig ist, dann... Ich laufe Stücks und daher, weil ich vertraue Stücks. Und währenddessen stolper ich so fünfmal und... Hau mir noch mal sechsmal gegen den Kopf. Ja. Kannst du gerne machen. Ähm... Ja, du wirst... Du wirst eine... Krumme und schiefe Treppe hinaufgeführt. Ähm... Und... Du kommst zu einem... Du kommst zu einem ziemlich engen... Engen Zimmer. Ähm... Das da... Du wirst... Du wirst in der Rumpelkammer geführt. Da... Da passt du gerade ein Bett rein. Und das so... Da steht noch ein Nachttisch daneben. Aber... Du kuschelst dich mit... Also... Woos... Woosniak kuschelt dich mit dir... Mit dir rein. Es ist da... Ziemlich kuschelig, wenn... Woosniak neben dir steht. Das ist schön. Und dann legt mich auf den Boden Schlaf ein. Es ist auch nur... Es ist auch nur ein Bett in dem Raum. Ähm... Woosniak ist ja mitgekommen. Fuchs nimmt sich... Legt sich in dieses Bett und versucht zu schlafen. Während er das Schnarchen dann noch hört. Also... Also... Momentan liegt Stücks einfach nur wach. Und... Äh... Denkt nach. Sehr intensiv. Darüber wie... Ey, zurück zu deren Kult kommt. So ein Dexit wahrscheinlich nicht mehr. Sondern sich einen neuen aufbaut. Am besten hier angefangen. Dann wirkt es so, als wäre das irgendeine alte Bergweisheit. Das ist sehr praktisch. Und Fosniak pennt auf dem Boden, oder? Ja, genau. Und ich schnarche sehr laut. Oder so. Ich denke mal, seine Konzentration sehr stark geschwächt dadurch. Alles klar. Okay, ihr legt einen weichen, ähm... Ihr drei. Harald ist unten auf dem Tisch, ähm... Und du auf dem Boden, sowas niak, ähm... Und Strix in seinem Bett. Er liegt, und... Ähm... Irgendwann... Es dauert eine Weile... Irgendwann hört... Äh... Also... Harald, hörst du das eigentlich, oder? Ja, du hast eine gute Wahrnehmung. Du hörst das. Du hörst das. Im Schlaf hörst du so leise. Lass mich mal drauf würfeln, Moment. Würfel mal drauf. Nein, du hörst das nicht. Ich hab gesagt, 99 brauche ich. Nein, du hörst das nicht. Ähm... Gut, keiner von euch kriegt's mit. Ähm, aber der... Unser... Unser... Ich guck auf meine Uhr. Das war bei mehr als ne Stunde. Das war... Das war gut. Das war so knapp eins... Ein anderthalb mit dem Künstler da. Das hat bei ein bisschen... Der hat sich Zeit gelassen. Der hat wohl irgendwo zwölf durch noch gehalten. Der war noch beim Leggis. Der hat sich noch Donuts gekauft. Mhm. Ähm... Ja. Ja, ich... Ich geh zu nem guten Mann hin. Ah! Die Behörden! Endlich! Dauert ja Ewigkeiten, müsste man jemand auftragen. Ja, sag mal, was ist denn hier los? Was ist denn... Ja, hier sind drei so... Zirkusgestellten aufgetaucht. Der eine sah aus wie ein... Wie ein seltsamer Priester an einer blauen Rohre. Ja, ein... Ein Schrank, hoch wie breit, zwei Meter. Und... Und dann noch so ein dritter, keine Ahnung, der hat irgendwie einen Stock mit einem Schädel drauf und dann komplett seltsame Leute. Die haben dann halt irgendwie gesagt, dass sie irgendwo gefangen worden waren, haben ihre Erinnerungen vergessen, plappliplup. Hä, was haben wir dir gesagt? Lügen! Das kannst du jetzt nicht sagen, ihr seid drin und ich kriegt das nicht mit, was da draußen vor sich geht. Oh, die waren heute halt irgendwie gut verschmiert und haben einen allgemein bedrohlichen Eindruck gemacht. Sie sind da reingegangen und da waren sie jetzt. Im Gasthaus sind die jetzt. Ja. Okay. Also wenn sie mich fragen, kommt die definitiv aus dem Lavendale, aus Glasgow. Alles klar, bleiben Sie mal hier, ich kümmere mich drum, sagt er uns und verschwindet in der Gasthaus. Im Spielleiter, das Lavendale ist eine psychiatrische Klinik. Okay. Er sagt, bleiben Sie hier, ich kümmere mich drum und verschwinde im Gasthaus. Ja, ähm. Er bleibt dort eine Weile drin. Gott. Wenn du ihm nicht hinterher gehst, kriegt irgendwie keiner was mit. Boah, ich bleib draußen. Er hat gesagt, ich bleib hier, also bleib ich hier. Okay, du sitzt da, es vergeht, es vergeht eine halbe Stunde, ähm, es vergeht noch mehr Zeit, es vergeht Zeit und Zeit, ähm, er kommt nicht mehr raus, es vergeht eine Stunde. Ja, dann geh ich nach Hause. Ähm. Ah, ich verstehe. Der kommt da nicht mehr drin. Die Maschinismen der Behörden drehen sich langsam. Okay, es wird nachts, ähm. Kommt der Typ irgendwie bei uns an oder bleibt der einfach im Gasthaus und feiert? Ähm, das habt ihr nicht mitbekommen. Das ist, das ist, das ist da. Es wird nachts, du stehst, du wirst auch langsam, Stücks, du wirst langsam müde und die fallen auch, wenn auch langsam auf die Augen, Augen, äh, schwer und du fängst dann zusammen in Schlaf. Ja, Stücks gibt sich dem Schlaf hin. Harald schläft auch unten, ähm, unser Schott ist zu sich nach Hause gegangen, macht sich auch, macht scheinbar auch ins Bett. Ja, Ampul essen, duschen und dann ab ins Bett. Wenn jetzt kommt, dass wir im Gefängnis aufwachen, dann will ich von dir eine Erklärung, wie er mich aus dem Zimmer gekriegt hat. Nein, ähm, ihr wacht am nächsten Morgen schön, ähm, Harald wacht mit einem, ähm, mit starken Kopfschmerzen auf dem Tisch auf, ähm, Worsley hat wacht mit starken Rückenschmerzen auf dem Boden auf, ähm. Nö, nö, ich kann das, meine Muskeln halten das aus. Ja, Stücks hat ein bisschen Kopfschmerzen und Rückenschmerzen, ähm, das Bett war nicht so ganz angenehm. Stücks hat grundsätzlich Kopfschmerzen wegen dieser gesamten Situation. Ähm, ja, es ist morgen, ähm, ihr wacht in der Taverne auf, ähm, ja, ähm, Harald sieht unten, dass das schon, es ist relativ leer, ähm, hat dich einfach nur zurückgelassen, ähm, das ist, äh, Es ist so... Ähm, Frage, ist Wozniak Vorst Dücks wach? Ähm, kannst du die aussuchen, das jetzt, das jetzt da. Jetzt, die Frage, Wozniak, ist Wozniak Vorst Dücks wach? Wolltest du drauf würfeln? Wolltest du drauf würfeln? Wer jetzt erst drauf wacht, oder? Lass einfach würfeln, find ich lustig. Okay, wundervoll, was würfeln wir? Würfelt, auf, Standard, Handelnwert. Wer höher ist, verwacht wir auch. Handeln! Handeln. Handeln. Handeln find ich scheiße. Ja, zum Aufwachen. Hab ich nicht geschafft. Dann bist du als letztes, oder? Wer den höheren aufgeworfen wird. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Du hast es geschafft, na, dann, dann wachst du als erstes auf, dass du es geschafft hast. Okay, dann röpst ich so laut, dass Styx davon aufwacht. Styx wacht auf, schlägt die Augen auf, dreht den Kopf zur Seite, um, naja, Wozniak wach zu sehen, guckt, ob diese Person noch lebt, und richtet sich dann im Bett auf. Sie lebt noch. Ja, ich bin immer noch nicht fertig mit röpsen. Ah, ja. Und stehe auch langsam auf, und diesmal schaue ich, weil ich so stark Kopfschmerzen habe, vom Ganzen anstoßen, schaue ich nach oben, bevor ich aufstehe, dass ich mir nicht noch mal Kopf anstoße. Was ein beachtliches, fast Todesröcheln, mein Kumpane. Das ist normal, das ist mein Morgenröpser. Beeindruckend. Dankeschön. Okay. Dann lass uns mal schauen, ob man uns, ob man zwischendurch irgendwelche Behörden auf uns gerufen hat. Ich bin auf mindestens einem Fahndungsfoto. Mhm. Okay, ihr wollt runtergehen? Ja. Okay, geht die schiefe Treppe runter? Die knarzt sehr wenig. Wozniak vorgehen. Okay, Wozniak geht vor. Wozniak braucht ungefähr zehn Minuten, bis er unten ist, weil die Stufen so eng sind, meine Füße da nicht raufpassen. Das knarscht auch ziemlich. Du hast Angst, dass du mit deinen Füßen eine Treppenstufe zerbrichst. Ja genau, deswegen brauchen wir ungefähr zehn Minuten, bis wir unten sind. Das ist ganz verrückt. Als ihr unten ankommt, seht ihr, dass das ziemlich leer ist. Ihr seht zwei Leute dort. Ihr seht Harold, der gerade wieder zu sich kommt. Und der ein bisschen der so, der irgendwie, einem Scheinsteam immer noch ziemlich schlecht zu gehen. Und ihr seht, ihr seht einen dicken Polizisten, der an der Theke eingeschlafen ist. Der Barmann, der wird es nicht da. Ja, das seht ihr da vor euch. Ihr seht da einen Polizisten, der offensichtlich hat den irgendjemand gerufen. Aber dir geht es irgendwie nicht für notwendig irgendwie in die Tarte rum und so. Der hat lieber getrunken. Ich mache mir jetzt einen Protein-Shake und trinke den. Während die anderen was anderes machen. Das kannst du machen. Ich habe alles dabei. Ich habe Protein-Bulver, einen Shaker, Milch. Sehr gut. Milch. Du setzt dich hin und shakest. Okay, was tut ihr? Harold, Styx. Styx macht einen Morgenspaziergang und versucht... Und versucht mal so die allgemeine Lage des Dorfes einzuschätzen. Grüßt immer wieder höflich die Leute. Die Lage des Dorfes inwiefern? Ja, sieht dieses Dorf aus, als würde es dem Dorf tatsächlich einigermaßen gut gehen? Oder ist dieses Dorf kurz vorm finanziellen Kollaps? Sehen die Häuser alle marode und kaputt aus? Sind die gesamten Fischerboote alle irgendwie leer, weil sie nichts mehr fischen? Nö, dem Dorf geht es relativ gut. Das ist ein Selbstversorgerdorf. Das ist ein bisschen abseits viel von allem. Das nächste Dorf ist wahrscheinlich ungefähr eine Stunde entfernt, wenn man im Auto fahren würde. Würde es einschätzen. Und es ist so ein bisschen... Sieht alles gut aus. Es ist ein bisschen alles alt, altertümlich. Es ist ein bisschen die Boote sehen. Es ist kein Boot davon neu, aber es sind alle intakt. Es ist das alles. Du hörst ein paar Leute reden. Du hörst Leute über die Fischwangen reden. Es ist wohl ein guter Fischwangen, bis man kommt... Wie man neulich gestern gesagt hat, ist, es wird Handel mit der Umgebung von ab und zu fährt, weil jemand mit einem klapprigen Gestell irgendwie raus aufs Land und ins nächste Dorf und da wird dann, wenn dann Fische gegen Karotten getauscht und so, ist das dann so ein bisschen... Irgendwie hält sich das... Das ist ein beschauliches Dorf, was da wirklich so ein bisschen in seiner eigenen Welt lebt. Aber man kommt zurecht. Das Konzept von Geld gibt es in diesem Dorf, oder? Ja. Okay. Aber es ist so... Die meisten Sachen, die meisten Sachen wären halt so... Also Geld ist nicht die einzige Währung hier und drauf. Es wird schon... Es wird Geld und Tausch an werden genommen. So ein bisschen... Es ist Winde für den Bieren... Wenn du für den Bieren ein paar Karotten hinlegen würdest... Das wäre da... Wäre auch... Durchaus könnte man verhandeln. Könnte man drüber reden. Kommt auf die Arztdeporten und so an. Ja, also Filly würde sich einen Kaffee machen, würde sich die örtliche Zeitung nehmen, Ein schönes britisches Toast mit... Fläser... Marmelade... Und dann ein gemütliches Frühstück auf dem Balkon tätigen. Ja, du siehst... Ja, du siehst... Oder... Verrasse... Balkon... Also... Du siehst... Du siehst... Du siehst... Du siehst unten im Dorf ein... Ein Stück rumherlaufen... Und der Grübeln ist ein bisschen rumherlaufen... Darf ich nochmal anmerken, dass mein Shaker anderthalb Liter sind? Also ich brauche ein bisschen Saleras. Kannst du machen. Das ist mein Frühstück. Du bist in der... Du bist in der... Ähm... Im Gasthaus und... Und bereitst du dir dein Frühstück zum... Ich gehe lieber von der Polizei, äh... Von dem Sheriff und schaue ihn an. Ja, er schläft. Er schläft in einem großen Rausch aus. Ich weiß nicht, mit unserem Harald. Ist er noch anwesend? Ist Moody schnapp gehauen? Moody hat... Moody hat einen Lachkrampf irgendwo unter... Entschuldigung, ich habe mich... Versehentlich gemutet. Nö. Okay, was tust du derweil? Ähm... Ich überleg... Ich habe gerade überlegt... Würde der Polizist, dass merkt man, wenn man jetzt die Schlüssel klauen würde... Und mit seinem Wagen ins Landesinnere fahren... Möchtest du Karotten... Kannst du gerne versuchen. Kannst du es gerne versuchen. Aber eine Keule und dieser Mann... Schläft gerade einen Rausch aus. Ich muss es nicht versuchen, wenn ich es will. Mach es. Nein. Ich will den anderen nicht den Spaß verderben. Warum verdirbst du uns Spaß, wenn du uns die Möglichkeit gibst, aus diesem Dorf zu flüchten? Ähm... Ansonsten sieht er auch, wie der... Wie der... Wie der... Wirt... Der Wirt betritt die... Das Gästehaus und... Sieht, was sie absieht... Fahnt sich arg gut geschlafen. Ähm... Fahnt auch... Ach, auch Harrod. Ähm... Es ist dasselbe Glas von vorhin. Also von gestern. Es ist dasselbe Lachen. Und bemerkt... Es spricht Finders Stücks irgendwie an. Stücks schaut sich übrigens ein bisschen um. Ja, also wenn ich den Ding... Also ich würde erst mal Zeitungsartikel lesen, ob denn irgendwas von diesen drei Verrückten in der Zeitung steht. Ähm... In der Zeitung steht erstaunlich wenig von... Da steht nix dran. Von euch zumindest nix. Da stehen die üblichen News, was da ist. Also... Es hat sich scheinbar noch nicht rumgesprochen. Bis zur Zeitung ist es noch nicht gekommen. Gut, das heißt, der... Der Polizeibeamte war untätig. Ähm... Ja, sobald ich dann mal so den guten Stücks in seiner... Wirklich auffälligen Kleidung sehe... Jetzt sauber ist. Oder zumindest sauberer. Ja, die ist sauber geworden. Die hast du sauber gekriegt gestern. Wunderbar. Ähm... Ja, dann würde ich dann, denke ich, die erste Reaktion, wenn ich vor meinen Kaffee trinke, den direkt wieder ausspucken. Okay. Soll ich darauf würfeln, ob ich das bemerke oder bemerke ich das? Wir würfel mal auf Wahrnehmung, ob du das mitkriegst oder was all ähnliches. Och, Mann, oh. Das ist jemand, der auf dem Balkon sitzt und... Ja, nee. Ich bin vollkommen oblivious. Du kriegst nichts mit, das ist du... Ähm, du läufst deiner Wege und das ist da... Nichts Besonderes hier in dieser Gasse, wo du gerade bist. Ähm... Es kommt, ähm... Es kommt auch, ihr seht, wie der, der, den kennt da von gestern Abend, ähm, der alte Herr, ähm, der euch in die, äh, in die Gaststätte eingeladen hat, der ist scheinbar... Ähm, der ist auch schnell am, ähm, gestern irgendwie Spurlos verschwunden, ähm, der kommt jetzt auch wieder, ähm, und begrüßt euch fröhlich, ähm, ähm, sagt, habt euch ja, na, wie war denn, wie war die Nacht hier an dieser, dieser, dieser... Und, äh, in diesem schönen Etat, äh, in diesem schönen Etat, äh, in diesem schönen Etat, äh, bis man, ähm, ähm, kann ich das überhaupt nicht aussprechen. Habt ihr gut geschlafen, habt euch was Schönes gegönnt. Und wen fragt ihr das? Wir sind alle an unterschiedlichen Plätzen. Die, die in der, in der Gaststätte sind. Also, Vosniak und Harald. Okay. Ich schaue weiter, ich merke gar nicht, dass ihr mit mir redet. Will jemand darauf, äh, auch darauf eingehen? Nein. Okay. Ihr ignoriert ihn, ähm, er setzt sich an den Tresen neben den, ähm, neben den Polizisten und sagt, ah, der, der, äh, äh, englischer Name, ähm, hab grad keinen. Jordan. Er, 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 er kennt, er kennt den Polizisten beim Namen und sagt, ach, der werde ich, der werde ich denn schon wieder gerufen. Ähm. Wir sind wieder auf die blöde Idee gekommen. Ähm, uns bestellt, bestellt sich ein, bestellt sich einen Kaffee an, ähm, an der, an der, beim Wirt. Es wird ihm ein großer Pott Kaffee geben, so wie er ihn immer haben will, so wie immer, ähm, und er trinkt den Bück, Bückchen aus. Während des kommt der Polizist wieder zu sich und rappelt sich auf, ähm, und verlässt, ähm, verlässt, verlässt, auf, verlässt das Gasthaus ohne ein Wort. Ähm, kriegt gar nicht mit, dass ihr da sitzt, ähm, macht sich wieder, bewegt sich zu seinem Polizeiauto zurück. Der Schrank vor ihm, der in die ganze Zeit beobachtet, die Augen schaut. Ja, dem ist der, 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 der kann gerade so noch durch, durch die Augen gucken, er macht sich, er murmelt ein bisschen was und geht aus der Taverne heraus. Er war komisch. Unfähig, absolut unfähig. Ja. Ähm, der alte Mann richtet euch, richtet sich hier wieder an euch, der hat sehr große Interesse an euch. Ähm, er sagt, ähm, wollt ihr, ähm, ich, ich weiß zufällig, ähm, ich kenne einen guten Freund, ähm, der, der Willi, der auch hier Mechaniker ist, ähm, der ist auch, der hat auch ein, der hat ein, der hat ein Schiff, ähm, der hat ein Gutsboot, ähm, ich kann mal mit dem reden, ähm, damit sag mal, ihr wollt hier nicht, ist, ihr, ich sehe doch, ihr, ihr, ihr wollt zurück nach Hause in die Heimat, ähm, wahrhaft. Ja. Der Willi, der ist, ich kann ein gutes Wortracher einlegen, der, der, wird das nicht bestimmt mal sein, sein Brot ausleihen, und könnte da mal, in die Gute Heimat, von hier nach, Brot betreten. Von hier nach, von hier nach, das ist geradeaus, das ist dann, ähm, Da kommen wir wieder auf Neural Island an. Da kommt, da kommt, da, ähm, das ist geradeaus. Wo ist denn geradeaus? Ähm, der Willi, ich, ich, der Willi kann auch, vielleicht, vielleicht schaffe ich den, euch zu überreden, dass er, dass ich mitfährt, ähm, nach Kiel ist es nicht weit, ähm, ist, äh, ähm, da seid ihr wieder, daheim. Kiel, hast du gesagt? Ja, Kiel ist der Willi, wer, wer nur, würde ich euch empfehlen, könnt auch anderswo, nach Deutschland, das ist da nicht. Kiel ist ein großes Hafen, da kommt, da. Moment, da sind ein paar Kilometer, wie lang sind wir unterwegs? Drei Wochen? Ach, das Schiff, das ist, das ist ein schnelles Schiff, das kriegt das hin. Ähm, Das ist ein Fischerboot, das kann das. Das ist ein Fischerboot, das kann das. Wo ist die nächste Großstadt mit einem Flughafen? Aha, das dürfte Dublin sein. Ich finde es auch schön, dass du eine Stadt genommen hast, wo sie erst mal um Dänemark drum herum fahren müssten. Hm. Er ist offensichtlich nicht der hellste. Ähm. Also der nächste, der ist das, das, das angenehmste, ist das, der nächste, der nächste Flughafen, ähm, ja, mei, ähm, wo der, äh, wo der ist, ähm, das nächste Dorf ist eine Stunde entfernt, das ist da. Machen wir es doch mal simpel. Sie wissen, wo die nächste, größere Stadt ist? Sie werden, sie werden jetzt aufstehen und werden in die Richtung zeigen. Dann werden wir uns bedanken und werden in diese Richtung gehen. Ähm, ihr könnt euch hier auch in Gefährt nehmen. Also zu Fuß seid ihr bis zum nächsten Dorf, ähm, das ist, ähm, seid da bestimmt einen halben Tag unterwegs. Ähm. Ich verlaube Fahrzeugen nicht mehr. Bis zum nächsten, bis zum nächsten Bürostart, ähm, bis zum nächsten Flughafen, ähm, wenn ihr zum Fuß laufen wollt, da seid ihr Wochen unterwegs. Ähm. Andere Leute haben Deutschland auf einem Skateboard durchquert. Ich glaube, das kriegen wir hin. Das will ich auch. Wollt ihr unbedingt? Äh, die, die beste, die, also die beste Möglichkeit, die beste Möglichkeit, von hier wegzukommen. Also gerade Richtung Deutschland, ähm, ist übers Wasser mit dem Boot. Ähm. Wir können es natürlich auch gerne versuchen, aber... Woher genau wissen Sie, dass wir nach Deutschland wollen sollten? Kam hier so, das war so die... Er schaut dich so an, ähm... Sorry, für meinen Rassismus, aber es kam hier so, ähm... Er hat sich den großen, blonden Typ anguckt und da dachte sich da was. Der ist Pole. Ja, ähm... Der meint Pole, okay. Der muss aber auch nach Kiel. dass hier kein funktionierendes Telefon ist, ansonsten würde ich meine Anwälte anrufen. Hahaha. Das solltest du vielleicht sowieso machen. Ähm. Gut, was... Ja, du kriegst so ein bisschen... Das Ende des... Du kriegst das Ende des Gesprächs... Du kriegst das Ende dieses komischen Gesprächs noch mit. Ähm. Ja, was tut ihr. Wollen wir irgendjemanden fragen? Wollen wir den Polizisten fragen, ob er uns, wenn er wieder zu seiner Station zurückfährt, mitnehmen kann? Der steckt gerade in sein Auto ein. Wann ist der Mann aufgestanden? Und wie? Das hab ich euch erzählt. Der ist gerade aus der Taverne rausgegangen. Das hab ich erzählt. Ich hab mich auch gefragt, wie er mich übersehen konnte. Der ist inzwischen schon beim Auto. Der macht sich gerade drauf, loszufahren. Dann soll er losfahren. Ich werde in eine Richtung gehen und ich werde ihn nicht mehr anhalten. Also Finn den Brüdern auch, äh, zu seinem, äh, zu seinem Kirchenkonvent gehen, zum Morgengebet. Ist in der Nähe vom Hafen. Das, das Kirchenhaus. Ja, auf dem, auf dem, auf dem Weg kommst du an der Taverne, äh, an dem Gästhaus vorbei und siehst wieder, wie dort ein paar Leute austorgen. Ähm. Irgendjemand ist dieselben Dreichler uns von gestern. Ja, das sind die Clowns von gestern, ähm, wie der gerade. Ich bin nie von meinem Stuhl aufgestanden. Irgendjemand bist du aufgestanden. Du hast gerade gesagt, du wirst loslaufen. Ähm. Stimmt. Da kommen drei Leute aus, da kommen drei Leute aus der, aus dem Gästhaus aus, ähm. Der eine war draußen. Ja, der war natürlich, das, das kommen zwei Leute raus und werden von. Trink doch seinen Shake, oder? Es werden von der Stuhl von Stixen gegrüßt. Äh, also ich bleib, wenn ich, wenn ich die drei... Lass mich euch zusammenführen. Wenn ich, wenn ich, wenn ich die drei Stutzes sehe, bleib ich stehen und guck mir, das ist interessant an, guck das wegfahrende Polizeihauto an. Oh ja, wenn die, wenn die Behörden nichts dagegen haben, hab ich auch nichts dagegen. Geh weiter. Schulterzuckend. Und Kopfschüttelnd. Will ich jemals diesen, diese Person ansprechen? Guck doch mal, vielleicht kann der euch weiterhelfen, der Jäger dort. Er ist halt ein Bewohner dieses Dorfes. Ich habe gesagt, es wird eine Straße geben, ich werde dieser Straße folgen. Du wirst der Straße folgen. Ähm, willst du vielleicht, willst du vielleicht, willst du vielleicht, willst du vielleicht in die Richtung, in die Richtung gehen, wo das Polizeiauto gerade lang gefahren ist? Ja, er wird wahrscheinlich in das etwas größere Dorf mit einer Polizeistation gehen, beziehungsweise fahren, ich werde da hinkommen. Ich habe in den letzten paar Wochen auf Inseln auch überlebt. Da schaffe ich Schottland auch. Alles klar. Stücks nähert sich und fragt, wollen wir nicht vielleicht jemanden fragen, ob diese Person uns fahren kann? Es wird ein Auto sein, kein Flugzeug. Wir sind mit einem Flugzeug abgestürzt, wir sind mit einem Helikopter abgestürzt und wären vermutlich mit einem Boot gesunken. Ich vertraue keinem Fahrzeug mehr. Aber das Auto kann nicht sinken und kann auch nicht abstürzen. Aber explodieren! Und es kann in einem Waldstück stranden, wo nichts ist, außer einer seltsamen Siedlung von irgendwelchen Hinterwäldlern, die irgendwelche seltsamen Rätsel für uns haben. Nein, nie wieder. Also wirst du laufen. Ich laufe. Okay, du läufst los. Damit könntest du in besagte Siedlungen reinlaufen. Ja. Das ist wahr, aber dann ist es meine Schuld. Ich vertraue dir, ich komme mit. Stücks geht tatsächlich auch mit. Denn Stücks hat keine Lust mehr auf diesen Ort, der ist seltsam. Okay. Ja, ich grüße im Vorbeigehen noch. Freut dich, diesen netten Dorfbewohner, egal ob du zur Kirche gehst und gehe. Wahrhaftig. Möge Jesus mit euch sein auf eurem Weg. Hier trennen sich unsere Abenteuer. Hier trennen sich unsere Abenteuer. Hier trennen sich unser... Schön getrenntes Team ist... Schönes Alltagsabenteuer. Ich hab gekocht. Getrenntes Team ist sehr gut. Das ist doch... Stücks... Stücks seht doch kurz zu der Person, um... und fragt... und fragt ihn etwas. Ja. Schöne Orgemusik hier, aber da passt sehr gut. Was für eine... Du glaubst also an... an Jesus und seinen Vater? Ja. Das glauben wir alle. Weshalb? Nun steht so im heiligen Buch, dass der Sohn Christus uns irgendwann erlösen wird. In deinem heiligen Buch? Ich denke... Was ist mit dem heiligen Buch des Muslims? Oder in den heiligen Texten des Hindus? Nun... In ersteren ist er übrigens auch erwähnt. Nun, auch im Islam ist der Sohn Christus ein Prophet. Ich habe das hinten... Ich erinnere mich daran, den Hinduismus angesprochen zu haben. Hinduismus hat Jesus nicht, soweit ich weiß. Ja, ja. War auch eine andere... War auch eine andere Region. Abgesehen von der Religion. Ja. Korrekt. Aber mein Punkt steht immer noch. Jesus ist auch nicht in Deutschland oder in Schottland geboren. Richtig. Nun, aber das sind ja auch Hinterwäldler und sie werden noch früh genug erkennen, dass Jesus, ja... Christus, unsere einzig wahre... wahre Lösung ist. Würfe mal auf Überzeugung, ob du es schaffst, ihn... die Hinterwäldler zu überzeugen. Unwahrscheinlich. Das ist auch zu sehen. Äh... Und er, wenn er unbedingt widerstehen muss, kann er auch gegenwürfen. Wieder auferstanden und hat irgendwas mit Tod. Punkt zum Ansatz. Ich... Das ist auch mal auf meine Funktionierung. Ich habe tatsächlich einen Ansatzpunkt um dagegen zu argumentieren. Ähm... Nope. Manipulation. Ich glaube trotzdem kann. Wow, das können wir interessant sein. Religiöse Bekehrung los. Restlichen verschwundenes Abenteuer. Also. Ihr könnt ja wählen, wir lassen. Das ist die Effenz... meines Charakters. Ähm... Ähm... Dann... Vielleicht wollt ihr miteinander spazieren und euch über eure Glaubensrichtung unterhalten. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Ähm... Willst du nicht... Ich weiß, dein Kirchengang ist dir wichtig. Allerdings möchten wir... Möchte ich dich einladen, eine Weile mit uns zu gehen. Ich bin mir nicht sicher, was deine Profession ist. Aber vielleicht bringt es dir auch etwas, wenn du uns folgst. Ähm... Eine Weile durch die Gegend, äh... zu gehen. Einen Spaziergang zu führen, uns dabei auszutauschen. Ich selbst bin auch eine religiöse Person. Vielleicht finden wir ja gemeinsam einen Grund. Nun, ich könnte euch genauso gut einladen, an unserem Gottesdienst teilzunehmen. Wo wollt ihr überhaupt hinlaufen? Die nächste Stadt ist bestimmt zwei Stunden mit dem Auto entfernt. Das ist schön. Eine gute Wanderung hat noch niemandem geschadet. Vor allem nicht hier. Ist doch bekannt dafür dieses Gebiet. Der Polizist hat gestern Abend so ungefähr zwei Stunden dafür geworbt. Also nur wird die Stadt ungefähr ein Auto zwei Stunden weg sein. Wir... Ja, du, mein Charakter ist Deutscher. Wir wandern sehr gerne. Wir haben einige schlechte Erfahrungen mit Fahrzeugen gemacht. Und, ähm... Ein Mitreisender hier hatte... Besteht nun darauf, dass wir laufen. Und ich möchte ihm eigentlich zustimmen. Du kannst uns ja ein Stückchen des Weges begleiten. Ihr kommt nicht zufällig aus Glasgow, oder? Nein. Noch nie da gewesen. Tatsächlich war ich ja... Nicht in diesem... Sicher, Styx, dass du da noch nicht warst. Styx ist sich ziemlich sicher noch nicht in Glasgow gewesen zu sein. Aber mal in London. Ja, der Gast bei so einer Anstalt in London. Das müsste... Nun, wie schon gesagt. Mir ist es sehr wichtig, das Morgengebet... an dem Morgengebet teilzunehmen. Danach kann ich euch... gewiss ein Stück begleiten. Nicht, dass ihr euch noch verlauft. Wundervoll. Sehr, Freund. Es ist eine Straße. Wie verläuft man sich auf einer Straße? Okay, wollt ihr auf den... Wie verläuft man sich nicht verläuft? Das ist nicht der Punkt. Ich will... Styx will einfach nur, dass der mitkommt. Damit... Ich weiß. Das ist ein nützlicher Bescheid. Nur aktiv zu sammeltieren. Ich merke es. Willst du alleine schon mal... Harold, willst du alleine schon mal loslaufen und... Ja. Und werden wir warten. Okay, du läufst alleine. Ich mag Harold. Ich mag Harold. Du läufst... Die Straßen hier sind sehr verschlungen und haben viele Abzweige. Okay, ihr läuft... Er läuft im Kreis. Es gibt keine... Es gibt keine Abzweigung. Ihr lauft zu zweit die große... Die eine große Straße entlang. Das ist die... Diese Straße hat viele Abzweigungen. Zeigt auch die eine große Straße. Am Ende... Am Ende... Am Ende des... Des Dorfes steht ein großes Schilds Andere Stadt. Das muss man mit großen Feiers in diese Richtung. Nicht mal Stadtnahme, einfach eine andere Stadt. Wo ist der... Ja, das haben die nur die andere Stadt genannt. Der Aufsteller dieses Schilds war nicht sicher. Ich bin nicht ganz sicher, wie die Stadt heißt. Aber hat dort eine Richtung Stadt. Es standen mal Buchstaben da, aber es sind sehr viele... Die man nicht lesen kann. Es stand noch was anderes vor der Stadt. Also irgendwie... So und so Stadt, aber das... Das so und so ist irgendwie verschwommen. Eine Stadt kann man noch sehen. Also ihr lasst schon mal los. Unser Schotte macht sein Morgengebet und Stücks wartet geduldig. Ich möchte Stücks mit reingucken, muss ich das Ganze in die ganze Prozedur anschauen. Tatsächlich folgt Stücks. Ja. Und macht eine seltsame Handbewegung, bevor they den Raub, die Kirche betritt. Ja, du siehst so drinnen ungefähr ein Dutzend andere Gläubige. Ein Priester, der mit zwei ähm... Nun ähm... Wie heißen sie? Klapparschlangen hantiert. Und Höhepunkt des Morgengebetes ist, dass jeder Gläubige vom Priester die Klapparschlange einmal auf den Kopf kriegt. Was? Ja. Das ist ein seltsames... Das ist ein seltsames Föhnchen hier. Bitte beschreibe mir den Rest der Kirche. Das möchte jede einzelne Götze, jede Ikone und jede Symbolik beschrieben bekommen. Ich würde dann... Ich meine schottische, christliche... Du hast schottische, christliche Geräusche noch nicht gehört. Das Ding gibt es Eintiger. Ich würde dann, nachdem ich auch die Segnung halb zurückkomme... Willkommen bei der Church of God with science fordering. Du, ich meine... Ich meine in den USA... Ihr seid nicht in den USA, aber in den USA würde ich das... Würde ich sagen, da habe ich schon anderes gesehen. Also ein Christentod ist das schon... Der Glaube kommt aus den USA. Das ist halt eine richtige Kirche, die es gibt. Warum in den USA eine richtige Kirche? Warum die Klapparschlange? Nun... Warum nicht? Jetzt muss ich kurz gucken, was... Ja, warum nicht ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist... Im Evangelium... Es ist dann tatsächlich in Texas und die war verfügbar. Im Evangelium nach Markus Vers 16 bis 18 wird von fünf göttlichen Zeichen gesprochen. Schlangenhantierung ist eines davon. Was sind die anderen vier? Dämonen austreiben... Oh, das ist sehr gut. Mit der Zunge sprechen, Gift trinken, sowie Kranke durch Handauflegung heilen. Macht ihr alles fünf in euren Gebeten, euren Messen? Nicht alles fünf, aber in einem Monat ja. Das mit den Dämonen klingt sehr attraktiv für dich. Da kennst du ein paar Dämonen, die du austreiben würdest. Da kennst du ein paar Dämonen, die du gerne austreiben würdest. Ich hole mir so meinen Terminkalender raus. Dämonenaustreibung war für den Samstag in zwei Wochen reserviert. Und woher wisst ihr jetzt schon, wessen Dämonen ihr dann austreiben werdet? Äh, wir kriegen einen Export aus, äh... So did me, Fane. Da wurde jemand gefunden. Das dauert halt noch ein bisschen, ne? Je da her ist. Ich behaupte einmal ganz keck, dass ich dann nicht mehr hier sein werde. Ich würde dieses Spektakellin gerne beobachten. Gut, ihr macht... Wollen wir dann? Ich würde mal ein bisschen beschleunigen. Du wirst mal ein bisschen beschleunigen. Du machst dein Morgengebiet und dann lauft ihr auch mal langsam los. Da sind wir doch gerade. Genau an diesem Punkt sind wir gerade. Genau, wir sind gerade am Loslaufen. Ich würde mich dann während des Weges noch mit ihnen über meine religiösen Ansichten und die Church of God with Signs fordringen austauschen. Die anderen haben so eine halbe Stunde Vorsprung, aber... Styx redet entsprechend zurück über... Naja, und elaboriert so ein bisschen die Kirche der anderen Seite. Ja. Das könnt ihr machen. Gebet, ihr Eintrag, wird sich jemand interessiert. Nein, bitte nicht. Ähm, ja, ihr lauft tatsächlich ein bisschen, ähm, Harald und was nicht, ein bisschen... Sie haben eine halbe Stunde Vorsprung. Ähm, ich kürze das Ganze ab. Ihr kommt irgendwann in eine andere Stadt. Ähm... Das ist bestimmt gut. Es ist... Es ist ungefähr... Es ist später am Mittag, als ihr in der nächsten Stadt ankommt. Ähm... Kommt in der... In der Stadt an, die hier... Sieht ähnlich aus wie hier. Das ist ein bisschen größer. Das ist von ähnlicher Bauart, ähm... Sie hat ein paar Häuser mehr und ein bisschen... Offensichtlich eine Polizeistation. Also, ich würde tatsächlich nicht laufen. Ich würde das Stück fragen, ob er nochmal kurz zu mir kommt. Dann würde ich das Auto nehmen und... Ihr seid jetzt schon gelaufen. Weil ich... Weil ich... Also... Als wir von der Kirche weglaufen, weil dann würde ich tatsächlich mit dem Auto fahren, mein Gewehr mitnehmen, weil ich danach noch... Weil ich danach noch auf Arbeit gehe. Stimmt... Stimmt dem tatsächlich zu. Okay, dann seid ihr... Ich habe noch keine Panik vor Autos. Okay, dann seid ihr mit dem Auto gefahren und seid... Seid... Seid deutlich vor Ihnen... Ihr fahrt an Harald und... Und was nicht, vorbei. Ähm, die große... Die eine große Straße entlang. Wenn ich die sehe, frage ich... Warte mal, sind das nicht die... Die anderen zwei, äh... Gestalten, mit denen du gestern aufgetaucht bist? Ja, sind das. Aber ich fürchte, Harald werden wir nicht zum Einsteigen kriegen. Hm, bedauw, ich... Ich würde... Ich würde mich nicht zum Einsteigen bringen. Harald, löst du weiter? Ich würde mich bis zur nächsten Stadt bringen. Ja, wir sind bis zur nächsten Stadt. Okay, Punkt. Können wir bitte an dem Punkt absetzen. Ja, okay. Harald und... Harald und... Und was sind ja gelaufen? Nein, Tag. Ihr wartet in der Stadt auf... Auf die... Auf die... Auf die zwei anderen. Ihr kommt in der Stadt an. Ähm, ja, wie schon beschrieben... Ähm... Sie ist... Sieht ungefähr ähnlich aus, wie die... Wie die andere Stadt ist, bloß ein bisschen größer und hat... Ein paar Geschäfte noch und... Und dann ein Polizeirevier. Warum stelle ich mir das vor, wie es ist die Wilmstadt, nur steht statt einer Taverne ein Polizeirevier da? So ungefähr. Ähm... Eigentlich auch so. So ungefähr ist das... Und es gibt zusätzlich noch ein paar... Ein paar Läden. Es gibt ein... Es gibt ein Supermarkt. So, was wollt ihr tun? Boah, ich würde dann... Äh... Mich mit Stücks irgendwo auf... Auf eine Parkbank setzen. Mich weiterhin mit ihnen über religiösen... Zeugs unterhalten. Und warten, bis seine Kompagnierungen aufdauern. Wahrhaftig. Stücks, äh... Und er hält sich tatsächlich angeregt. Ähm... Stücks hat einen... Einen gewissen Hang dazu, während dieses... Während dieses Gesprächs, ähm... Überleitungen zu finden, um zu zeigen, wo die... Wo seine eigene Kirche... Überlegen ist. Relativ subtil. Ich weiß. Übrigens, jetzt mal zu eurer Entzäunung, dass das Waffe... Wir sind noch gar nicht in Teil 3 von Rue Island angekommen. Das sind Sachen, die doch für... Dann werden wir auch nicht mehr ankommen. Das Teil... Das... Das Fischerdorf war noch für den letzten... Für Teil 2 gedacht. Das ist... Wir sind jetzt... Ja, dann... 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 Schubst du uns mehr rein oder so. Oder auch nicht. Oder wir finden halt... Ihr seid jetzt... Ihr seid jetzt alle zu viert in der anderen Stadt angekommen. Ihr habt da ein Polizeirevier. Ähm... Sehr gut. Wenn ich die anderen beiden sehe, verabschiede ich mich vom Stücks. Bedanke mich für das angeregte Gespräch und vor Richtung Arbeitsstelle. Im Ernst? Ja, natürlich. Was soll er sonst machen? Wir werden uns nie wieder treffen. Okay, war schön mit... War schön, dass du ein Spiel mitgespielt hast. Sehr ehrlich. Ich rufe gleich meine Anwälte an. Findet euch als Spielleiter irgendeine Möglichkeit, die Charaktere zusammenzuführen. Und die nicht darin besteht. Ja, ihr seht euch. Arztlichen Glückwunsch. Heißt du, Glückwunsch. Ich habe euch permanent die Möglichkeit gegeben. Oh, komm. Nein, hast du mich nicht an der Zweite. Aber komm, machen wir weiter. Es wird gerade lustig. Machen wir ohne den dritten, ohne die vierten Charakter weiter. Ihr habt eine Polizeistation eben in der Stadt. Ähm... Was macht ihr drei? Ich frage mich herum, ob jemand ein Telefon oder ein Mobiltelefon besitzt. Ich würde... Ich würde vermuten... Und ob ich jetzt mir mal kurz leiden kann. ...dass wir in der Polizeiwache darauf stoßen. Ich werde sie nicht betreten. Warte, wenn du ein Telefon haben möchtest, dann hätte ich dir meins gegeben, tatsächlich. Für einen Anruf. So bin ich ja nicht. Das wäre sehr nett. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir uns eins haben. Wir hatten mal... Wir haben Smartphones, aber das ist halt kaputt. Weil wir haben Wasserfahnen. Ich hätte nicht gedacht, dass einer von uns noch eins hat. Nee, ich auch. Ja, wie schon gesagt, dann kriegst du meins, äh, mein Mobiltelefon für einen Anruf. Okay. Gut. Was machen wir? Wir könnten uns jetzt erstmal eine Pizza bestellen. Ich mach mal Pause. Sympathisch. Ich bin durchaus dafür. Ich werde sie nicht mehr gebraucht. Also ich glaube, das Logischste wäre, wenn ich einfach mal einen von meinen Geschäftskontakten anrufe von wegen, hey, ich sitze gerade irgendwie in Schottland fest. Kannst du mal jemanden vorbeischicken, der mich und ein paar Leute abholt? Sympathisch. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Stücks stimmt dem zu. Gut, dann tue ich das. Okay, was genau tust du? Ich rufe einen von meinen geschäftlichen Kontakten, im Zweifel auch einen Freund an. Von entsprechender finanzieller Qualität und so zu sagen. Ich sitze gerade irgendwo in Schottland fest. Kannst du mal jemanden vorbeischicken, der uns abholt? Genau, find mich mal. Wir haben gerade etwas Probleme. Ich kann auch gerne den Namen der Stadt buchstabieren. Das kriegst du hin. Gut. Vielen Dank. Er schickt dir gerne deine Luxusjagd zu. Er ist immer noch sehr teuer im Wasser und kannst du noch mit deinen eigenen... Ja, der vertraue ich immerhin. Ähm... Es wird dir sogar den Käpt'n mitgeliefert. Ähm, da kommt... Ähm... Es dauert... Es dauert eine Weile... Es dauert eine Weile... Es dauert... Am späten Abend kommt dann irgendwann... Die Stadt ist noch am Hafen. Ihr seid am Uferland gelaufen. Wir sind quasi an der Küste entlang gelaufen, beziehungsweise gefahren, ich verstehe schon. Es ist eine zweite Hafenstadt quasi, ähm... Ähm... Und du merkst irgendwie... Du siehst irgendwann, ihr seid am Hafen. Ihr kriegst mit, dass deine Privatjagd ankommt. Ähm... Ja... Und der Käpt'n dir zuwinkt. Sie ist... Sie ist grün. Natürlich ist sie... Natürlich ist sie das. Was sonst? Hey, ihr war noch selber Charakter. Was anderes wäre enttäuschend gewesen. Ja, gut. Guck mal, erkenne ich den Käpt'n? Sag mal, was... Privatjagd leisten kannst. Lebensmittelindustrie. Du kennst den Käpt'n nicht, man hat einen... Man hat einen angestellt. Er ist CEO von Nestle. Mittlerweile ja. Es ist dazu geswitcht. Oh Gott, oh Gott. Lebensmittel... Bei dem moralisch fragt man die Dinge, die wir getan haben. Okay, ähm... Der Käpt'n... Der Käpt'n winkt dich zu... Du kennst den nicht, ähm... Er winkt dich... Er winkt dich zu ihm. Okay. Er kommt mir auch nicht irgendwie vage bekannt vor. Nein, er kommt dir nicht vage bekannt vor. Ich habe ein wirkliches Gefühl gekriegt. Er kommt dir nicht vage... Es ist eine random Person, die... Deine Firma hat... Hat den spontan mal angestellt. Ähm... Um dich nach Hause zu... Fahren. Ach, das ist einer von... Reserve-Leuten. Ja. So will ich ja. Ich verspiele schon. Äh, Styx fragt, ob, äh... Day mitgenommen werden darf. Würdest du, ähm... Mich mitnehmen, bis wir wieder... Platz haben wir genug auf dem... Auf dem Ding. Auf jeden Fall. Ich war ja nicht mehr gefahren, aber... Sehr freundlich. Dankeschön. Darf ich für dich arbeiten? Ich bin ein guter Bodyguard. Das ist der in der Tat. Ich hab... Ich hab dich alle Wand boxen sehen. 450 Euro Basis. Hahaha. Das ist wieder meine... 520 Euro Basis. Ist das viel? Bei ihm 420. Ist das viel Geld? Ja. Modi... Modi... Modi wird mir auf überzeugen erleichtert. Pfff... 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 Ich sterfe... Um 10 erleichtert. Daneben. Äh... Okay. Gut. Da bin ich zwar nicht so gut drin, aber... Komm. Ich kriegst einen Bonus drauf. Um 10. Also dein Wert ist... Um 10. Nee. Ist nicht. Hast du nicht geschafft. 450 und 1 Euro. Ja. Pfff... 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 Okay. Hier. Okay. Ich... Ich... Ist zwar... Ich... Die 50 Cent so mit... Äh... Ist eigentlich nicht mehr mit drin, aber... So gerade so kriegst du das noch hin. Ich nehme mich rüber zu Styx. Der gute Mann ist aber nicht der Held, oder? Das nicht. Aber sehr... Nützlich. Ah ja. Gut. Also die steckt... Die steckt alle auf das Schiff. Ähm... Glaub nicht alle. Nö. Ich habe keine Motivation auf dieses Schiff zu steigen. Es sind drei von euch... Drei von euch Vieren. Das ist halt... Der Vierte geht in die Kirche. Geht dann... Geht seiner Arbeit nach. Geht seiner Arbeit nach. Osnek ist jetzt überglücklich, weil er wieder eine Arbeit hat. Weil er das Gefühl hat, weil er jetzt gefehlt hat für eine Zeit lang, dass er von seiner alten Arbeitsstelle gekündigt wurde. Dabei haben sie nicht mal gemerkt, dass er weg ist. Das ist einer. Keine Arbeit. Ich denke, das merkt man schon. Ich bin... Ne. Das Ding an Wozniak ist, er ist dumm, aber gut in dem, was er macht. Also man merkt schon, wenn er weg ist. Hm. Also einer geht... Einer von euch ist zurück in seine Stadt mit dem Auto gefahren und arbeitet und er geht seine Arbeit als Jäger nach. Und ihr begebt euch zurück nach Deutschland. Ähm. Mit dem... Mit der grünen Privatjacht. Ja, wohl. Wahrhaftig. Gibt es dir jetzt ein Schiffsunglück mitten in einem mysteriösen Sturm, die drei Werte auf den Insel gespielt? Wahrscheinlich. Ähm. Ne, ich würde tatsächlich jetzt mal eine Pause machen. Wir haben es jetzt 20 Uhr. Wir machen eine Viertelstunde Pause. Gerne. Danach geht es weiter, dann machen wir mal ein bisschen... Dann kommen wir mal... Dann fangen wir mal an mit dem Abenteuer. Ähm. Glaubst du auch selbst nicht. Bis gleich. Okay. Glaubst du auch.